Herzlich Willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unsere Gäste heute sind Ulrike Maas und Malte Werner, die Geschäftsführer der WTM Management Consulting GmbH. Heute sprechen wir über Selbstkompetenz und Vertrauen. Frau Maas, in Deutschland verlaufen Karrierewege relativ oft noch einen ganz vorgefertigten Muster. Das heißt, erfolgreiche Fachkräfte werden dann irgendwann zu Führungskräften. Wie gut ist die Strategie? Also es ist nicht verkehrt, weil die Fachkräfte ja sicherlich auch das Lernen können zu führen. Ich glaube einfach, was häufig nicht gemacht wird, oder das erleben wir ja auch bei unseren Kunden, ist, dass die die Qualifikation dann auch erwerben dürfen. Weil es wird ja was anderes verlangt von jemandem, der fachlich stark ist, als dass er dann in die Führung geht, sprich dann mit Menschen arbeitet. Gut, es gibt wahrscheinlich Fachkräfte, die gleichzeitig auch gute Führungskräfte sind. Aber zum einen ist eine Fachkraft erstmal eine Fachkraft und muss halt ansonsten Führungskraft, also du musst es erlernen, eine gute Führungskraft zu werden. Dabei sind wir auch schon mitten beim Thema, Herr Werner. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse müsste denn eine gute Führungskraft mitbringen, die als Fachkraft eher eine untergeordnete Rolle hat? Ja, ich glaube ganz wichtig ist erstmal, dass keine gute Führungskraft vom Himmel fällt. Also es wird niemand als Führungskraft geboren, auch wenn junge Kinder häufig ihre Eltern zu führen scheinen. Ja, aber es geht auch darum, sozusagen im Arbeitsalltag als Führungskraft zu schauen, was ist eigentlich wichtig für die Mitarbeiter. Also da geht es besonders darum, die Beziehung gut zu gestalten. Bin ich gut mit den Menschen im Kontakt, habe ich da ein gutes Vertrauensverhältnis, ganz zentral gutes Vertrauensverhältnis. Dazu brauchst du auch Empathie, zu verstehen, wo sind eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterwegs. Es braucht eine Kommunikationsstärke. Gerade in Zeiten des Wandels muss ich gut moderieren können, muss ich gut kommunizieren können, was der Plan ist. Das gibt Sicherheit. Das heißt, da gibt es eine ganze Bandbreite an Dingen, die natürlich auch immer unterschiedlich sind, je nachdem, welche Firma, was ist gerade die Lage, gibt es eine Krise, gibt es eine Hochzeit. Da gibt es ganz, ganz viel. Das hängt immer von der Situation ab. Aber zentral ist definitiv, im guten Kontakt zu sein zu den Leuten. Sie beide bieten ja auch Seminare zur Selbstkompetenz, Selbstverantwortung und Selbstsicherheit an. In welchen Zusammenhang stehen denn die Themen miteinander? Ich weiß nicht, wer für ihn das besser beantworten kann. Ja, ich kann gerne sagen. Wichtig ist, dass die ganzen drei Dinge zusammen nur funktionieren. Es geht im ersten Schritt mal darum, sich selber kennenzulernen, zu gucken, wie ticke ich eigentlich, was sind meine Macken, aber wo liegen auch meine Stärken. Das heißt, ein gutes, klares Bild von sich selbst zu bekommen, ungeschminkt. Gerne selbstkritisch, aber immer so, dass der eigene Selbstwert erhalten bleibt. Und man den eigenen Selbstwert schätzt und auch nicht in Frage stellt. Und wenn dieser Kern erhalten bleibt, dann kann man auch kritisch auf sich schauen, kann gucken, wo sind Entwicklungspotenziale, wo liegen aber auch Stärken, die ich gut nutzen kann. Und so funktionieren diese drei Dinge gemeinsam. Ja, und es ist auch unser Satz mit Selbstkompetenz erzeugt Haltung. Also ich bekomme dann erst die Haltung durch die Selbstkompetenz. Und das ist die Basis, überhaupt verführen. Also bevor ich jemand anderen führe, dann führe ich mich selbst. Und es ist wichtig, einfach sich auch kennenzulernen mit seinen ganzen Verführbarkeiten, mit den ganzen Themen, die man so im Leben so mitgekriegt hat. Und da bieten wir tatsächlich auch Seminare an, die sehr tief gehen. Und es ist nicht immer schön, sich mit sich zu beschäftigen. Weil da stoße ich teilweise auf Themen, die ich ja gerne verdränge. Nur in dem Moment, wo ich in die Führung gehe, brauche ich auch eine innere Stabilität. Ich sage immer, so wie eine Säule in mir drin. Und die gibt mir die Kraft dann, mich durchzusetzen, wenn es was durchzusetzen gibt. Die gibt mir die Kraft, im Kritikgespräch dann auch stabil zu bleiben. Die gibt mir die Kraft, wenn ich Fehler mache, auch zu den Fehlern zu stehen. Und das sind sicherlich Themen, die nicht jeder so kann, ohne sich mal mit seinem Innersten dann beschäftigt zu haben mit seiner Biografie. Und im Seminar Selbstsicherheit und Durchsetzungsvermögen guckt man ganz genau auf diese inneren Kritiker. Also kennen Sie das, dass man gut vorbereitet ist, auch einen Vortrag hält und irgendwie so brillant, auch da vorne steht, es läuft und einer guckt und verdreht die Augen. Und auf einmal ist die Selbstsicherheit weg. Oder jemand bringt irgendeinen Satz, eine Frage, stellt eine Frage und ich bin raus aus dem Konzept. Und das sind so diese Trigger. Und wir beschäftigen uns im Coaching und in den Seminaren genau mit diesen Triggern. Wo kommt denn das her? Dass ich von 99 dann auf eins runterfalle oder so. So ganz viele tolle Momente, nur irgendeine Frage, die kommt von der Seite und ich bin raus aus dem Konzept. Und das ist wichtig, da sicher und stabil zu bleiben und sich nicht abzuwerten in dem Moment, wo man sagt, jetzt weiß ich mal was nicht. Also in der schnelllebigen Zeit, es gibt so viele Dinge. Also meine Kinder, die jetzt alle erwachsen sind, die erzählen von Themen, muss ich erst mal nachgucken, was das alles ist. Also die Technik, die ist ja sowas von schnell. Ich bin ja noch groß geworden, da hat man Wählscheiben gehabt. Sie kennen sich alle sehr schnell weiter. Da waren die grünen Telefone damals noch. Und jetzt heute ist die Technik tatsächlich so weit und da muss ich tatsächlich immer wieder sagen, nee, du sag mir, zeig mir, wie es geht. Und auch das ist Führung. Ich glaube einfach, da stabil zu bleiben und nicht irgendwas vorzumachen, was ich nicht bin. Frau Maas, erfolgreiche Führung, das bedeutet auch immer, dass man ein hohes Maß an Vertrauen haben muss. Und sowohl von der Führungskraft an das Team und natürlich auch in die andere Richtung. Auf welchen Grundlagen basiert denn diese Vertrauensbasis, dieses Vertrauensverhältnis zwischen einerseits den Mitarbeitern und andererseits den Führungskräften? Also in beide Richtungen ist ja so, die drei Säulen des Vertrauens ist ja die eine Säule so diese Kompetenz. Das heißt, mein Mitarbeiter guckt mich auch an als Führungskraft, ob ich auch kompetent bin, tatsächlich auch in der Führung. Darum bieten wir Führungsseminare an. Es gibt da viel, was ich lernen kann. Das Zweite ist dann die Integrität. Bin ich denn auch echt? Bin ich denn auch berechenbar? Kriegt der mit, was in mir drin ist? Sage ich, was ich meine? Und Wohlwollen ist das Dritte. Das ist so ein schönes altes Wort. Will der mir wohl? Meint er es gut mit mir? Und das ist aber auch beidseitig. Und Vertrauen ist immer Risikokommunikation. Ich brauche ja dann Vertrauen, wenn ich mich noch nicht so kenne oder mein Gegenüber. Und das darf dann auch wachsen. Dass man einfach sagt, ich würde jetzt keine Führungskraft irgendwie auch auf Mitarbeiter loslassen, ohne denen eine gewisse Form von Unterstützung zu geben. So ein Coaching. Dass die gewisse Methoden auch erlernen und sich mal selber angucken, wie rede ich denn, wenn ich mit meinem Mitarbeiter rede? Darum, da kann dann schon Vertrauen wachsen. Und ich muss halt tatsächlich auch verlässlich sein. So Dinge zusagen und die nicht machen, das kommt nicht gut. Aber diese Learnings, die helfen ja auch dabei, was Sie gesagt haben bei dieser Selbstsicherheit. Ja, also wenn mich einer schief anguckt und ich bin immer bei mir und bin mit mir völlig im Reinen und vielleicht habe ich was Komisches gesagt. Man kann es ja auch revidieren. Man kann ja auch Fehler machen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich mag das bei Ihren Modulen. Es spielt alles so ineinander über und es ergibt alles einen Sinn. Was sind denn die Folgen, Herr Werner, wenn dieses Vertrauensverhältnis gestört wird? Die können vielseitig sein. Also natürlich ist es, wenn man es sozusagen von der Performance-Seite her anschaut, dann können Sie sehr schnell sehen, dass die Arbeitsergebnisse schlechter werden auf allen Ebenen. Also wenn da kein gutes Vertrauensverhältnis herrscht, dann macht die Arbeit auch keinen Spaß. Ja, dann sinkt die Motivation oder es können solche Dinge entstehen, wie das hinter dem Rücken gearbeitet wird und getuschelt wird. Dann können Dinge wie Mobbing entstehen, was einen hohen psychischen Druck auch verursachen kann für die Menschen. Es kann gesundheitliche Folgen haben. Also das sozusagen in das Extrem gedacht. Ergebnisse können schlechter werden, aber auch die Frage von Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, hat das große Auswirkungen. Also wenn Sie ein gut funktionierendes Team haben, wo sich alle vertrauen, dann hat das auch hohe Bindungskraft für die Menschen, die da drin arbeiten. Ist es nicht so, dann entsteht eine Unzufriedenheit und heute sind die Leute schneller weg, als man gucken kann. Das heißt, Vertrauen ist auf allen Ebenen die Grundlage der Zusammenarbeit, da bin ich fest und überzeugt. Ich würde noch ergänzen, weil die wirtschaftlichen Folgen, die sind enorm. Wir haben ja heute tatsächlich das Thema, dass die Firmen gucken müssen, dass sie die richtigen Leute kriegen. Darum ist ja diese Mitarbeiterbindung so sehr wichtig. Jetzt habe ich unwahrscheinlich viel Aufwand gemacht, um jemanden zu kriegen und dann geht der wieder. Also das darf man gar nicht unterschätzen, was das alles heißt. Und das gibt tatsächlich auch so diese Aussage Schnelligkeit durch Vertrauen. Der Stephen Covey hat ja auch da ein Buch darüber geschrieben. Und das ist tatsächlich so, wenn ich vertraue, kann ich ja auch schneller sein. Ich muss ja da gar nicht so viel dann nochmal überprüfen, kontrollieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig im wirtschaftlichen Erfolg, dass die Themen dann auch gemacht werden und nicht ständig hinterfragt werden. Sehr gute Aspekte. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Arbeit, dass wir Einblicke erhalten durften. Und ich wünsche Ihnen ganz viele tolle Projekte, natürlich auch im kommenden Jahr, in den nächsten Monaten. Und wenn es wieder was Spannendes zu berichten gibt, laden wir Sie herzlich wieder ein. Dankeschön. Wir kommen gerne wieder. Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.